Was habe ich denn noch so für Schwächen? Ich hatte eine Schwäche für Alkohol. Da wäre das Gespräch dann auch vorbei. Was für eine? Meine? Alle. Alle Arten von Alkohol. Oh ja! Oh ja! Kommst du so klein? Nö, ich nehm keinen großen. Oh, krass so. Sauscht. Nein, ich habe kein Alkoholproblem. Hallo! Das Gläschen möchte aufgeführt werden. Endlich. Normale Cola oder Glühle? Normale! Nichts gelernt in den 10 Jahren. So, dann Dali. Das kommt aus der Klingel. Ist der jetzt unten drunter ein bisschen verschütteln. Gibt es gleich auf den Sack. Nein, also ich gehe unglaublich gerne, also ist jetzt nicht so ne, aber ich gehe schon gerne feiern. Also ich trinke schon mal gerne was. Für mich ist es schon schwierig jetzt auf Tu zum Beispiel. Muss ich mal gucken, dass ich nie abstürze und so. Dann darf ich mir mal ein Gläschen hier und ein Gläschen da. Ansonsten trinke ich sechs Liter Ingwer-Tee am Tag und versuche natürlich... Und Wodka? Wodka hatten. Ich mag gern Dirty Martini mit drei Olisen. Wodka und Martini ist schon lecker. Ja, also ich würde sagen, dass hier meine Sprechen gibt für euch. Ich hab gar nicht wegen.